Von Verhandlungen und Deeskalation, 100 Milliarden für Bildung und Soziales statt in die Bundeswehr. Ein Kreisstopp für Lebensmittel und Heizkosten, eine Übergewinnsteuer und Lohnanpassung. Eine Welt des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und der Menschlichkeit ist also zusammen und streiten für unsere Zukunft, für den Frieden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Wirtschaftskrieg, es ist ein Wirtschaftskrieg, nicht nur zwischen den Westen. Ihre Wirkung, die man sie gerne hätte, jedenfalls sind sie nicht so effektiv wie gedacht. Stattdessen erreicht sie aber eine Wirkung. Reicher werden reicher, Beschäftigte, Frauen und Geringverdienende verlieren real ein Einkommen. Wir wissen, mit Blick auf die anstehende Tarifrunde, sei es bei der IG Metall oder auch bei uns im öffentlichen Dienst, die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sind nicht leicht. Wir wissen aber, Verzicht darf keine Option sein, weder auf Frieden noch auf menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir lauf uns warm. Wir sehen euch vor, wir gestecken hoffentlich auch in den nächsten Wochen. Danke. Leistungspakete der Regierung reichen nicht, um die arbeitenden Menschen und ihre Familien wirklich zu entlasten, liebe Freunde. Sie sind nur immer ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das hat sich auch in dem 9-Euro-Ticket-Diskussion gezeigt. Das war doch, diese 9-Euro-Ticket, sowohl für Mensch wie auch für Umwelt eine gute Sache. Und was ist jetzt daraus geworden? Sie diskutieren jetzt, ob das 49 Euro wird oder 69 Euro wird. Das geht doch nicht. Alle wollen diesen 9-Euro-Ticket weiter beibehalten, liebe Kollegen. Grüne Außenministerin, Arbeit, Arbeit, Bildung, Zukunft, gleiche Rechte für alle. Gleiche Rechte für alle. Arbeit, Bildung, Zukunft, gleiche Rechte für alle. Gleiche Rechte für alle. Gleiche Rechte für alle.